ja hallo und willkommen bei ken hd heute in der 33 folge und ja wir sind immer noch level 60 und befinden uns natürlich immer noch hier in der hölle oder auf der höllenfeuerhalbinsel ja hier in der scherbenwelt spielen dass er dann den crusade und sollen jetzt hier hinten quest abgeben in dieser festung und das machen wir doch direkt ja und hier können wir die abgeben springen auf den tisch und sagen jetzt beenden und kriegen eine brustrüstung die wir nicht brauchen nehmen wir natürlich an und ja kriegen hier noch mal eine neue quest mit oben drauf und das machen wir natürlich alles hier so wieder raus und dann legen wir direkt los was haben wir jetzt hier das sind wir haben ja eine instanz quest im höllenfeuer bollwerk und der rest ist alles hier um die ecke und das heißt wir schauen mal skelette reinigen zeppelin trümmer die wollte ich die wollte ich mal so machen wir machen also nebenbei mit und ja das fleisch den drillmeister den drillmeister töten deswegen gut und dann können wir gleich noch hier das mitmachen ja das machen wir drilmeister töten blödsinn weil den drillmeister töten das ist passt alles gut drilmeister töten genau der steht hier unten der steht hier unten glaube ich in diesem ding hier und wo ist er hier ist er auch schon gehen wir machen stecke ich hier gut weil ich habe hier diese säule festgesteckt und ja er verbrennt uns hier noch so ein bisschen macht uns hier feuer noch so drilmeister liegt drilmeister liegt und jetzt sollen wir hier diese skelette reinigen skelette reinigen geht klar machen so schau mal wo die sind hier ist schon das erste was ok also dieses skelette reinigen teil so diese diese ajax flasche hier die hat irgendwie atmen zeit ja ok ja haben wir das schmerz ins kreuz gehauen ja können wir ja eigentlich auch fast hinlaufen weil der cool down hier läuft die sind schon alle irgendwie tot ich wurde gefragt wie groß mein bildschirm ist weil ich immer so links rechts gucke also das ist ein ganz normaler 27 zoll imac und da muss man ein bisschen ein bisschen sein kopf bewegen geht eigentlich aber das habe ich hauptsächlich mein kopf bewege ist weil neben diesem iMac noch ein 27 zoll bildschirm steht und ja zudem muss man dann schon so sein kopf neigen und deswegen gucke ich hin und wieder mal links oder rechts auf der anderen seite steht auch noch macbook und ja da schaue ich halt hin und wieder mal hin so sollen wir hier genau das höllenfleisch ja okay oder werden jedoch ging 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 so wie sollen wir hier diese dieses sind es diese schweinchen schon können wie das schon haben ich glaube schon ja genau rennt nicht weg das ist natürlich kontraproduktiv weil man braucht ja schon ein paar von denen und ja der hat uns jetzt hier nichts übrig gelassen das blöde das blöde ja gut hier stehen noch ein paar und hat sich auch für pegasus entschieden gute wahl gute wahl so ja wir brauchen dieses fleisch hier dieses jenige und kann direkt draufklicken kann man ja und manchmal kommt halt das geläutete bei rum und nochmal 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 okay dann haben wir das wahrscheinlich geändert weil ich kann mich erinnern dass man hier auch pech hatte und das wurde halt nicht geläutert und dann ja musste man hier auch so ein versuch starten vielleicht war es auch noch zufall keine ahnung okay vier brauchen wir noch probieren wir mal aus das hat auch geklappt das auch sehr cool ich dachte wir brauchen wir diese quest hier komplette playtime alles schaut gut aus super und noch eins das haben wir hier ich glaube bis hier haben die alle dieses fleisch gedroppt jawohl der hatte auch eins und fertig sehr gut so das können wir jetzt direkt hier abgeben bei diesen beiden goblins sind das oder ja die guten goblins und ergeben wir ab sagen quest beenden und soll eine neue abnehmen so buster flüge soll wollen okay wenn die buster flüge die sind hier in diesem gebiet das machen wir natürlich buster flüge und da können wir auch klar hier so ein paar teile mit einsammeln schon mal hier sind vorbei gesprungen so genau hier haben wir dann auch schon die bussarde so und ja die haben keine 100 prozent das ist schade wir brauchen zwölf stück die drogen auch nur einen zumindest der jetzt ja in dem gebiet habe ich wenigstens grob noch so in erinnerung wie das alles hier funktioniert hat weil bis level 60 hier also in diesem alten klässe gebiet was ja nicht mehr das alte klässe gebiet war sondern die überarbeitete version also die zukunft nach dem richting quasi ja die erkannte ich nicht daher da auch bei vielen fest einfach mal die probleme gehabt da gleich den questgeber zu finden er wissen also den den quest selbst zu finden und hier ist das wie es aussieht alles so geblieben diesmal früher schon war früher klingt gut aber es tatsächlich schon ganz schön lange her das ist auf jeden fall schon lange her und ich kann mich erinnern wie dieses spiel rauskam und ich mit zwei richtig guten freunden grüße an fandom by the way im mediamarkt stand oder vor dem mediamarkt stand und wir hier in der nacht 0 uhr wurde dann glaube ich dieses addon verkauft und wir standen da und haben darauf gewartet und die menschenmassen das war wirklich witzig und dann heim und natürlich das addon installieren und dann währenddessen im teamspeak uns unterhalten und bei wem es zuerst installiert ist und dann natürlich noch ein update war natürlich musste noch geladen werden und ach und ja dann waren die riemens voll und ja also an alle die sich beschweren hier dass hier eventuell mal ein lag ist oder oder keine ahnung mal ein realm ausgelastet ist das ist aktuell gar nichts mehr also das war damals echt der wahnsinn aber man wird immer verwöhnt da ich ertippe mich oder ertippe mich nicht ich ertappe mich da auch hin und wieder selber und denke so ah mensch jetzt hier warte ich lange warum und und früher aber teilweise da zwei stufen gewartet um dieses spiel reinzukommen aber ist ja schön wenn die technik einfach in die technik investiert wird und hier ja dem spieler für sein geld auch was geboten wird und ich bin der meinung wilde vorgraf tut das so ein spiel mit dieser kontinuierlichen ja einfach beständigkeit hier und ihr dürft mich gern berichtigen wenn ihr es nicht so seht dafür ist die kommentarbox hier unten da aber ich finde tatsächlich dass was blizzard hier anbietet oder abliefert und gerade jetzt auch mit legion ist wieder ja richtig gut aber ich bin dann auch nur so eine gelegenheitsspieler also ich spiele bei jeder gelegenheit wenn es sich denn anbietet und ich kann das natürlich nicht so beurteilen wie das einer der wirklich ertrige ja jeden tag mehrere stunden damit verbringt wie sich das da einfühlt da der content ausreicht den hier blizzard bringt aber ich suche für meine für meine verhältnisse wie ich dieses Spiel spiele ist das absolut in Ordnung auch die Abstände wann hier wie was kommt absolut in Ordnung und ich finde es auch okay dass Spieler die nicht jeden Tag hier Stunden mit zubringen auch ein Equip bekommen können was ja okay ist also was wirklich okay ist was episch ist wobei man sagt ja immer Epik ist irgendwie selten oder so aber es hat nicht mehr die Wertigkeit wie ein Epik mal hatte und auch das ist okay meines Erachtens ja und so hat jeder wirklich die Chance hier dieses Spiel auch genießen zu können und das ja alles spielen zu können und für einen der halt selten spielt vielleicht keine große Gilde hat nicht so viel Zeit oder auch nicht die die Nerven hier täglich raiden zu gehen oder so für den gibt es einen LFR und da ist man schnell drin er hat keine große Wartezeit hat die Instanz gesehen hat seine Items dann rausbekommen und das ist okay er hat genauso viel gesehen wie einer der jeden Tag spielt und ein Item Level von keine Ahnung was aktuell so inne ist ich glaube 9,50 sogar schon oder so der hat halt natürlich viel mehr dafür getan ist klar und hat auch der 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 und 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 aber der content als er hat nicht mehr mehr content gesehen und das ist super damit ist im prinzip für jeden was getan so wir sind jetzt schon wohlwollend bei der ex oder gebiet und ich sehe gerade wir sind kurz vor level 61 sehr schön und wir können hier noch bei den beiden goblins die quest abgeben und dann schauen wir uns noch was neues anbieten und könnten hier vielleicht sogar schon 61 werden wir diesen zwei quests schauen wir mal dass diese absturz stelle sind hier mit ihrem zeppelin ist ein zeppelin abgestürzt ihre flugmaschine so beenden war und haben hier das nächste wenn wir auch und haben level 61 erreicht sehr schön und ja nehmen wir jetzt das nächste quest an und das ist gut weil ja bedrohung verringern wollen wir auf jeden fall nicht aber das hier erhöht die das ausweichen zehn sekunden lang ja 20 ausdauer ist egal machen wir die quest erst mal können wir dann immer noch entscheiden was wir hier nehmen von diesen beiden schmuckteilen wir sollen jetzt ja auf jeden fall die lehrwandler essenzen holen und das machen wir doch pflücken hier noch das kräuter schen und schau mal wie schnell wir diese essenzen zusammen bekommen jetzt schon mal keine ich glaube die müssen hier in der nähe von dem strahl stehen ich meine ich mich da irgendwie erinnert zu haben also der hat auf jeden fall einen der stand wo der strahl ist und der hat den strahl jetzt nicht und hat keine ok also scheint es damit zusammen zu hängen also schauen wo der strahl drauf geht und ist aber nur dieses eine ding gut na da ist auch noch so was genau bisher auch wieder kein strahl mal schauen keine ahnung gleich was zufallen ja es war zufall also der strahl muss da nicht drauf drauf sein weil der ist keins und hat den strahl gehabt also von daher funktioniert auch ohne so und jetzt können wir also hier drüben die auch mitnehmen ich finde es immer wieder geil hier diesen himmel diesem mit diesem planet oder ist es ein planet ist ein mond mond ist ja auch ein planet oder egal auf jeden fall finde ich dieses himmel immer wieder cool hier das sieht echt super aus so wir brauchen mehr von denen mehr 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 ich habe immer angst ich mal runter fall hier anstürmer so da hinten sind noch ganz paar das gut so haben wir eins bekommen auch wieder eins dabei gewesen mit mit und auch eins aber noch zwei stück super ja 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 die hatten jetzt keins kommen wir kommen wir ja reinig weg ja auch nicht brauchen wir ja auch noch zwei stück so die sind alle dauer hier ist gut aus und eins noch und eins noch keins ah hier sehen wir hier eine menge das ist super und der hatte das zehnte achte was abschließt die wir nicht angezeigt ja die können wir jetzt hier abgeben und können wir sie raussuchen also das auf jeden fall nicht weil wir sind dank und wir wollen keine aggro verlieren und das haben wir auch das vielleicht cool ist ja was sagt hier unsere dann schon finde wir sollen in die scherbenwelt und ja das tun wir schon lieber lieber abenteuer führer habe ich dann schon finde gesagt natürlich meine ich ein abenteuer führer ja höhenfeuer wohlwerk mache ich vielleicht in der nächsten folge mal schauen so wir sollen auf jeden fall wir kontrollieren ein das ist ganz cool wir kontrollieren ein das heißt wir können zwei stück könnten zwei stück für uns kontrollieren wenn wir die chance jetzt hier schon haben wo ich bin ein absoluter pvp gimp das heißt wenn wir hier angegriffen werden werden wir wahrscheinlich sterben pvp ist gar nicht meins ich habe das zu 60er zeiten mit einem schurke gespielt und das war cool in gruppe halt auch und so weiter also das hat spaß gemacht aber wieso aber ich bin da wirklich sehr schlecht drin wahrscheinlich ist mit dem alter gekommen keine ahnung auf jeden fall sehe ich hier diesen balken nicht das ist blöd mag sein dass es an meinen addons liegt dass die hier nicht angezeigt werden wenn wir runter springen okay man wird hier nicht automatisch für den pvp für pvp gefleckt sondern muss das per hand aktivieren machen wir ja und jetzt sehen wir hier auch den den fortschrittsbalken und wir haben es direkt für uns entdeckt das ist per oder was heißt für uns entdeckt für uns erobert das ging ruck zuck also der gegnerische spiel hat ja wirklich nur gewartet bis es weg ist so wenn es ja auch so schnell geht natürlich super ich bin ich aktiviere okay zack und auch das haben wir schon das ging natürlich richtig gut jetzt müssen wir warten bis das teil hier also diese diese stadion das ist das stadion das ist wie heißt das ding ist das stadion oder stadion trümer bastion trümer bastion genau die ist jetzt hier vollgas allianz das heißt ja genau fünf minuten müssen jetzt warten und dann sind wir nicht mehr auf pvp gefleckt das sehen wir jetzt noch hier unten ist in meinem namens in meinem lebensbereichen steht es noch pvp und zwar noch vier minuten in 39 sekunden ja wir hoffen dass wir da hinten jetzt keine hordespieler finden die uns jetzt hier umknüppeln weil wir befinden uns jetzt auch hier also vor uns ist die die horde basis das hatte ich in der letzten folge ja schon kurz erzählt dass hier halt die horde basis ist und ich fliege mal einen bogen drum herum weil ich habe keine ahnung ob diese flieger hier diese auf auf den den flug den flug mauns mich hier vielleicht nicht so mögen entschuldigung ja hier unten ist die horde basis im grauen so ok rima mäßig vom design finde ich ganz cool ja und wir sollen jetzt hier ja bis wir ankommt noch dreieinhalb minuten und dann ist unser pvp fleck wieder weg ich glaube ein bisschen jeder reihe nach jetzt diese diese stützpunkte hier platt machen aber das sehen wir jetzt gleich so und nehmen die quest an und genau wir müssen hier die noch töten und säge klinge töten säge klinge das ist ja so ein bisschen größerer also den sieht man hier ist ja genau säge klinge hier der hatte wir waren auch schon so und jetzt brauchen wir noch dina neun stück sind das auch dina ich weiß es nicht ja vielleicht ich glaube die zählen nicht als dina wo die hier zählen als dina die kanone die mag uns ja auch nicht und die haben wir auch mit weg obwohl wir die eigentlich gar nicht brauchen aber ja wer uns haut den hauen wir zurück ja warum pvp gefleckt ich bin natürlich auf dem pvc ja da ist wenn man das nicht will nix mit spieler gegen spieler da ist nur spieler gegen computer und da ich gerne in ruhe quäste und mich das immer ein bisschen nervt weil das pvp einfach ja schon immer so war und wahrscheinlich auch immer so bleiben wird dass es irgendwie nie so richtig fair ist und dass er meistens nur gegangt wird als das hier spaßig ist und von daher habe ich mich irgendwann entschieden also ich habe lange sehr sehr lange auf blackrock pvp gespielt ja und irgendwann war es mir einfach zu blöd und dann habe ich gesagt okay ich ziehe den charakter auf einen pvp-server um beziehungsweise hatte dann glaube ich sogar noch mal angefangen auf grundseite einen jäger zu spielen und den habe ich dann aber irgendwann zur allianz verfrachtet oder so irgendwie so war es genau und ja haben wir die quest erledigt können die wieder abgeben und kriegen jetzt gleich hier ich glaube eine folge quest für den für die kanonen genau wir sollen jetzt hier drei teubelskanonen zerstören das sind genau die dinger hier die wir hier schon ja eben gerade schon eigentlich schon mal kaputt gemacht haben dann machen wir das halt nochmal das verstehe ich halt auch nicht warum die diese quest nicht einfach zusammengelegt haben ja die gibt es auch hier drüben hier ist noch so ein stützpunkt also wenn auf einer seite irgendwie zu viel los ist kann man das auch hier machen so und dann haben wir noch eine um okay die haben uns jetzt hier gesehen die sehen die brauchen wir eigentlich nicht mehr aber was soll es haben wir es auch mal mit weg und haben dafür ein paar schuld und bekommen aber schon aber die können wir vielleicht im auktionshaus verkaufen so und dann geben wir das wieder ab und das sind 34 minuten rum deswegen ja beende ich hier diese folge mit dem level 61 auf der ist die 33 folge vorbei ich bedanke mich ganz herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr auch in der nächsten folge wieder einschaltet meinen kanal abonniert und mir ein däumchen nach oben gibt wenn es euch gefallen hat und ja bis dahin tschüss und wahrscheinlich bis morgen vom